hallo und guten tag hat er gesagt so meine lieben wir wollen eine runde bauen und nicht nur ein bisschen sondern eigentlich ja recht viel so ich werde erst mal alles noch ein bisschen wegpacken was zum weg steht so mein bogen und so was ja guck mal guck mal amrus könnten wir auch langsam mal bauen und da haben wir ja auch noch recht recht viel so die tieren die tieren die tieren immer den ganzen trottieren würde ich sagen dann würden wir als erstes mal steine hatte ja schon eingeladen so dat 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 ist immer mal ein bisschen was her und zwar zement aus den stein können wir ja sonst nichts anderes bleibt ja nur zement so hier könnten wir auch okay so und dann wollte ich ja hier dann wollte ich ja hier damit war okay weil die maschinen stand bei sind ja kommst du jetzt hoch oder nicht naja du machst das schon stört mich viel mehr das jetzt in dieser vollidiot dann noch kommt wir wollten ja hier so ein bisschen erweitern könnte ich hier jetzt auch wieder ran wollen altaschinen selbst die wat wir so bauen können ach da hinten ist er wer hat denn irgendwo hier gegen gerade los war aber irgendwas hat hier ihr ballert so machen wir die maschinen nicht hier aber dann haben wir hier so ein bisschen ausbau ja auf jeden fall fetzelt wenn wir hier ausbauen können mal ein bisschen mehr platz so und dann wollen wir mal strom dingsbums uns widmen aber ich weiß nicht ob wir hier jetzt in der brücken bauen weil das wäre ja schon irgendwie so ein bisschen so da könnten wir ja jetzt nicht da denn auch nicht hier irgendwie auch nicht aber so könnte man sonst könnte ich eigentlich daneben denn auch wieder wenn der mörser im weg steht ne aber wisst ihr was was auch so ein bisschen ist ich will ja unbedingt mein mein kuppe haben ne da steht ja oben den 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 pusher noch mal neu bauen ganz sehr aber kommst du ja da wirst du da macht ja nicht ich habe mir auch erschrocken fand ich jetzt so ja nicht so nett von dir versucht hast mich zu morden ne eigentlich wollte ich euch aufheben ach 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 so da ok so den pusher abreißen und dann bauen wir einfach neuen krass ne krasser typ so wo sind sie denn und dann den hier da krieg ich nämlich einfach mal so zwei kuppe oh katze kannst du ruhig sitzen ach da steht ja aktualisiere den pusher oh oh Sioni alter alter bist du ne Pflaume ey ok ich geh hinten mal lang vielleicht steht hier noch ein pusher ne aber wir haben noch äh 99 ästchen ok aktualisieren ist dann nicht so großartig gut dann lassen wir das ähm sonst haben wir den hier ich würde sagen erstmal steine hier wieder rein genug rumgesteint den Rest können wir eigentlich noch behalten ja so und dafür nehmen wir alle was hier kuppermäßig ist erstmal mit so und dann schaue ich mal bevor wir jetzt da loslegen für die ähm Windräder was brauchen wir denn wir brauchen noch Stecker und Motoren sonst noch haben wir eigentlich alles und drei Stahldinger so drei Stahldinger 1 2 3 Motor und Stecker ich glaub ne stecker haben wir doch hier vorne oder so erstmal das hier wieder Stecker haben wir Stecker haben wir Seil haben wir ja Motor brauchen wir nur noch zwei Motoren so und dann machen wir nämlich das mal klar das läuft im Standby das ist mir wohl bewusst jetzt ist ja auch hier alles leer alles leer gelutscht jetzt können wir erstmal hier wieder also ich kann die auch hier so versetzt bauen mit mir ja wenn ich hier jetzt noch wieder den hinkriege haben wir hier erstmal so eine Armada an äh ja Dinger nehmen so jetzt ist natürlich die Frage reicht das denn ne? wir können ja mal nachgucken wir haben ja nur ein Abnehmer und das ist der Mörser also Windkraft Werk macht äh erzeugte Leistung 25 3 sind 75 so dann haben wir ja als äh hier Schussdings den Mörser ne den Mörser und der hat Stromverbrauch 25 ne da 80 ist denn bei 25 also jetzt müsste das aufladen auf jeden Fall können wir auch mal eine Runde mitfahren ganz ohne Strom ist er auch ein bisschen herzlichen ne da habe ich irgendwas verkehrt immer was das komische ist ja ja geh mal dahin dass ich ja hier zwei habe ne eigentlich müsste ich ja sag mal wo wo ist sag mal bist du komplett hässlich oder wat naja Idiot kluckte Takt immer mal so ein bisschen ne der rotzt ja mich von hinten an wa die eke sau so ähm aber wir wollten ja nach dem Schalter gucken ne pass mal auf hier die Steuerung Feinsteuerung da fehlt ein Schalter und Transistor die hatten wir jetzt ja wirklich nicht ne Schalter Transistor die hatte ich das doch mal hergestellt aber bestimmt für wat andere drauf gegangen so Schalter Transistor da 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 nö da ein Schalter und äh hier brauchen wir Plaster echt zu viel Plaster drauf hier an ne aber dann macht das ja wenigstens noch mal Sinn mit dem Plaster mit dem hier oben halt dran ne Transistor so und jetzt können wir das bauen ne ne weil achso Stahlplatte fehlt können wir das jetzt bauen ja so so und ich würde ziemlich mittig bauen hier so einfach nur einfach nur damit ich äh vielleicht dann zwei davon äh machen kann auch noch zu der Seite wird ja noch ein bisschen ausgebaut ne und wenn wir das schon mal so erzählen dann kann ich eigentlich meine Rampen nach vorne weiter bauen aber jetzt hab ich den Stein schon eingelagert wa ach ne doch ne ich muss schon sagen ey das macht ja ja keinen Sinn weil ich hier gemacht habe also ne ob ich den Mörser nochmal ein bisschen anders baue und Solarpanel wollte ich ja auch mal bauen ne so hier sind wir schon bei drei und den noch nicht lädt der als erstes jetzt auf? ja wahrscheinlich ne was kostet mich denn Solarpanel nur mal so interessantes halber da Stecker Elektronische Platte und ein Varistor Stecker Elektronische Platte und ein Varistor mhm 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 Stecker Elektronische Platte Oh ne Baristor ne Baristor da so was hat er jetzt da viel mal gefehlt? guck mal einfach noch guck mal einfach noch ne sind wir hier beim Falschen also war ja Jarns beim Falschen angelangt ne 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 Platte Jüdi müssen wir jetzt ja ne achso Stein ne alter ne wie viel Stahl die kostet ey meine Fresse jetzt können wir es bauen ich weiß ja nicht ob das jetzt noch so Sinn macht bei dieser Dämmerung aber wir müssen ja mal für den nächsten Tag zu müssen die Uflade Dinger da äh ja schön machen ne ne demnächst mal kann ich das auch hier hinstellen nein komm ich mach das mal so rum hier dann sieht es wenigstens grund hässlich aus 6 6 alter Schwede aber jetzt lädt er nicht weil wegen Sonnen ne äh bisschen äh ist er noch hell ne aber wir hätten zumindest beim nächsten Mal ok gut und jetzt müssten wir ja guck mal jetzt hat er auf 4 gemacht ne jetzt müssten wir ja wenn das hier die Strom oben der gibt ab und diese Eingänge wir hatten was nochmal gemacht müsste ich ja eigentlich den hier mal annullieren so den ja auch hier ne so und ich müsste doch jetzt um hier Energie raus zu machen ich bin ja von dem nach dem musste ich ja von hier in den hier ne in den hier ne jetzt hat der Energie und dann muss ich von den hier in den hier richtig macht das Sinn so und dann müsste ich Feinsteuerung riesen schwere Zombies so jetzt machen wir den mal auf null genau dann haben wir den wenigstens schaltbar und jetzt müsste das ja hier ein bisschen mal schneller hoch gehen oder was ich kann ja hier erzeugen was ich will ne ich bin ja eh so ein bisschen krass drauf gehen ja heute natürlich mit den Windkrafträdern extrem lange ne ich kann mal das schon so sagen ne ich finde ja auch geil so dass so das Licht so am Generator so hin und her schwingen kennt ihr noch Knight Rider mit Kit vorne der hatte ja dieses rote Licht so im mittig ja mal die wo 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 so ein Sound war da ne das klang äh ja gar nicht mal so gut irgendwie aber da haben sie äh so ein bisschen ja das hat so ein bisschen gefetzt ne ich würd sagen ok wir haben das jetzt soweit fertig wir können natürlich jetzt versuchen noch einen Mörser zu bauen zu klatschen ähm wir gucken uns das mal gleich an was hätten wir jetzt hier auch noch ne Minigun ich weiß nicht so sonst haben wir die hier noch so ein bisschen und den hier noch so was haben wir? Mehrfach-Raketenwerfer und die Railgun Railgun soll Endgame sein Mörser den Flammenwerfer Flammenwerfer würde mich ja auch noch interessieren äh Falle Stecker Motor Transistor ok noch niemand Stecker Motor und ein Transistor wir versuchen den nochmal irgendwie hinzukriegen Motor Transistor so so dazu brauchen wir erstmal Eisen dazu brauche ich erstmal die Stöcke glaube ich ne so fam und ich habe ganz viel Ranke und das werden wir mal auch mal um gestalten das ganze dankeschön so dann können wir hier oben mal ein bisschen Eisen herstellen so dann sind wir nämlich hier auch schon mal geil also so ein bisschen so Motor boah jetzt halt alles wieder vergessen Motor Stecker Transistor Motor Stecker Transistor Motor Stecker brauchen wir ja immer ne da machen wir keinen 18 erstmal 6 und ein Transistor so können wir auch geil so jetzt können wir den ja herstellen wenn wir die Feindsteuerung die ist hier vorne ähm Falle Falle da so und Stange und sowas ne das hier da können wir mal 11 machen Eisenplatte oh so und von denen können wir ja auch nochmal haben wir sonst gar kein Eisen mehr haben wir alle oh haha haben wir alle zu weit weg gelutscht ne so wie siehts denn hier eigentlich aus ich frag für nen Freund ich sag ja eigentlich immer 75% aber manchmal traue ich mich auch ne ne so weil ich hätte ja gerne ich weiß nicht ob von hier oder hier oder von hier oben ne ich weiß nämlich auch nicht so richtig ich würde es ja gerne richtig cool machen können wir denn noch ne Brücke bauen eigentlich einfach mal so ne da fehlen Holzlatten wir wollten ja oben eh noch so ein bisschen ausbauen aber ich hätte ja gerne den Flammenwerfer irgendwie und am liebsten hätte ich den ähm ey dieses Geräusch macht ja auch so ein bisschen kaputt ne am liebsten hätte ich das ja hier irgendwie so weg ne ne dass ich sage ah pass mal auf da kommt keiner ran hier die können da nicht normal ran laufen ne fam 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 und dann äh ballern wir nämlich von hier oben mit dem Flammenwerfer weg natürlich wenn die andere Seite kommen auch so ein bisschen tricky aber ich glaub die kamen letztes mal andere Seite jetzt müssten die wieder von hier kommen ne so dann stellen wir nämlich auch den Flammenwerfer hier drauf ne jetzt hab ich ihn da den hier einfach so weil es kann weil dann kommen ja auch die anderen so jetzt müsste man natürlich eigentlich eine neue Feindsteuerung bauen ne weil ah guck mal der lädt da schon wieder wie so ein Teufel so und jetzt müsste ich ja so gesehen könnten wir ja von denen weitermachen ah der macht ja ja nur schwere Zombies das ist ja das Problem wir haben hier auch nur einen Ausgang so und jetzt noch eine neue Feindsteuerung ist auch ein bisschen doof kann ich nicht einfach so einen Schalter bauen doch mal da war doch einfach auch so ein Schalter hier ach guck mal hier Schalter da off ja lass doch den einfach irgendwo hinklatschen oder brauche ich echt ne Wand zu wieso kann ich kein Schalter bauen achso da Schalter Klebeband Nägels Nagels Schalter Klebeband Nagels ich kenne Klebeband nicht ich kenne Klebeband nicht ok aber das war ja eh mal down ne scheitert Klebeband Nagels äh erstmal Nagels wir gehen aber auch schnell leer ne so Klebeband so scheitert Klebeband Nagels so und ein Salter wo ist er denn jetzt kann ich es aber ne nö weil ach jetzt fehlt mir das Jummi für den Knauf ne das ist nämlich ganz wichtig dass der Knauf aus Jummi ist aber ich muss den da auch nicht da bauen oder ich kann den da auch hier bauen den Scheiter das ist ja eigentlich scheiß egal wo ich den ran klatsche oder ja das fetzt er pass mal auf und dann zieht nämlich die ganze Schose von kann ich ja nicht mehr ne geht von hier jetzt und was weg wie viel haben wir denn ey da ist man das nicht richtig sieht ach ne ah ok ich glaub dann sind sie nämlich so activated ne so nach hier und dann zieh ich nämlich von hier reicht das denn so lange? nach hier geiler Typ alter ähm so und dann müssten wir dich laden hier mit irgendwas ne mit Benson so jetzt müsste es eigentlich alles richtig schön aktiviert sein ne so dich kann man mal reparieren hier wenn wir eh schon dabei sind 95 macht mir keine Angst so und dann sind wir nämlich schon ein bisschen wieder up to data und der fetzte doch so ein bisschen so mal allgemeine Frage hier was brauchen die Tische denn noch so als upgrades wahrscheinlich gar nicht ne so voll geupgrade nur noch der hier so und der brauchen nur noch Sicherung und Schweinsleder und ein paar Stahlplatten schon wieder so Stahlplatten müsste ja eigentlich gehen Alter wir brauchen so viel davon ne so Schweinsleder wird ein bisschen tricky jetzt glaube ich ne ne das ist die Feitsche ne das ist die Feitsche so Kaninchen ach ok das geht locker das geht locker vom Hocker oh Stunde 23 wir haben auch schon viel zu spät also wir sehen uns beim nächsten Mal wir haben noch ein bisschen was zu tun und äh ja auf jeden Fall äh freu ich mich schon Munition müssen wir mal herstellen bis zum ja bis zur Nacht ciao